Racketenwerfer. Jawoll, Racketenwerfer riegelt. Racketenwerfer riegelt das jetzt. Racketenwerfer riegelt das Problem doch. Solange die Feinde des Imperators ablen, kann es keinen Frieden geben. Mein Glaube schützt dich wie ein Schild. Nur gegen Infanterie. Moral des Gegners brechen. Scheiß auf seine Moral. Wir bauen Raketenwerfer. Das gehört. Geht mal ins Arbeiten. Ihr seid müßig. So, erstmal hier. Am besten hätten wir auch gleich alles noch ab. Nein. Nein, greifen wir immer nur so semi-interessiert an. Meine Scouts möchte ich eh nicht behalten. Die haben schon zwei. Also die habe ich vorhin. Die habe ich hier. Die können auch da rüberschießen, oder was? So. Muss man hier ordentlich Kohlenrand schaffen, ne? Macht mal nix dummes hier. So, Raketenwerfer riegelt hoffentlich gleich mal. Aber hallo. Oh, jetzt geht's langsam bergauf. Jetzt geht's doch bergauf so langsam. Gucken wir da hinten noch mehr. Gucken wir mal nach. So, das waren da nur alle. Da hinten hat mich dann gestartet. Ja. Oh oh. Jetzt kommen da ein bisschen viele. Vielleicht billig sind wir auch nur ein. Apropos viele. Ich glaube immer noch nicht genug Geld. Ach, komm schon. Okay, noch irgendwas Neues bauen. Nein. Ja, den geht's gut. Den nicht so. Was soll ich tun? Oh, habe ich eine Sonde. Die Sonde kann alles, was die Dings kann. Nur ein Besser. Nur halt mit dem Unterschied, dass sie nicht zu meinem Truppenlimit zählt. Dass sie billiger ist. Hm. Das wird einfach viel besser in jeglicher Hinsicht. Konnte man die irgendwie auflösen? Nee, ne? Können sie den Tod schicken? Kannst du da in Türmen vorbei? Ich weiß nicht. Aber kannst du? Okay. Hallo, Jungs. Ähm. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Ich muss mal schnell. Verstanden. Bestätigt. Wir kennen keine Furcht. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Kommen die da alleine klar? Sie haben eine ziemlich lange Lebensleiste, aber das heißt ja nicht viel. Fuck. Oh, meine Drohne hat sich gerade aufgelöst. Der Gegner muss in der Nähe sein. Jawohl. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn sie sterben. Ich glaube, ich will nicht, dass sie sterben, wenn sie noch leben. Wenn nicht, sind sie möglicherweise schon tot. Also, wenn sie nicht mehr leben, sind sie möglicherweise tot. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es wäre ein Rahmen des Möglichen. Der Feind greift an. Oh, wow. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Der Imperator wacht über uns. Für die Gehe des Orbis. Gibt es da jetzt noch die Typen noch? Ich sehe es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Geh nicht mal, geh mal nach da. Dieser Tag wird ein Glorreicher für das Imperium. Für die Ehre des Ordens. Was? Ich habe es, glaube ich, scheiße. Glaube und Ehre. Hm. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt... Keine Ahnung. Vielleicht habe ich jetzt gerade ein Sekundärziel verpasst. Sollt ihr schon tot? Nein? Okay. Ich konnte gleich noch einen Schub richtiger Soldaten bauen. Das ist nach wie vor, aber die Aketen war verriegelt. Wenn er den trifft. Manchmal schießen die vorbei, aber... Bauen die neue Gebäude? Ich überlege es gerade. So, hier war schön, so die Baracke mal loszuwerden. Schon mal. Wir stehen zur Verfügung. Immer aufmerksam. Ich bin ja am Trommelimit. Glaubst du so? Der Tag wird ein Glorreicher für das Imperium. Hier muss ich mal wieder ein bisschen nachrüsten. Soll er drauf schießen und nicht tanzen, Leute? Ach, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich weiß noch nicht, was das für eine Baracke sind, aber ich habe sie erstmal ein bisschen kaputt geschossen. Und tragt eine große Waffe. Für die Ehre des Ordens. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Der Feind greift an! So, hier geht auch mal da runter. Und dann machen wir alles platt, was wir unterwegs finden. Wo irgendeine Verteidigung da oben? Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Was soll ich tun? Die Performance ist gerade so ein bisschen... Gibt es jetzt an Wein oder an meinem System oder... An der Auflösung, die nicht so ganz sein sollte. Schwer zu sagen, wo er jetzt liegt. Ich soll da erstmal nach da gehen. Ich glaube, ich habe mehr Trupps, als ich auswählen kann. Details. Wir bleiben offensichtlich sehr, sehr lange liegen. Nee, ich habe alle ausgewählt. Okay. Sie halten auch einfach nichts aus, die Leute hier. Weg mal mit dieser Kackparake. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Beat geben. Jetzt, danke. Danke. Und tragt eine große Waffe. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Was denn hast du denn? Wummenlager. Lager. Ah, ich liebe diese Namen. Ich will mal kurz so ein bisschen woanders hinziehen. Ich muss mal kurz weg. Ich habe den Herd eingelassen. Ich komme gleich wieder. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, läuft das flüssig bei euch? Ich bläse mir vielleicht nur ein. Das ist das generelles Problem des Spiels. Killer-Bot. Er ist im Nahkampf besonders effektiv. Und seine Panzerung ist von kleinen Waffen nicht zu durchdringen. Wir müssen uns mit Raketenwerfern ausrüsten, wenn wir dieses Ungetüm vernichten wollen. Für den Imperator. Oh, ich weiß nicht. Gut, dass sie jetzt anfangen, auf den zu schießen. Gut, die Raketenwerfer dabei haben. Gut, dass sie nichts treffen. Ich werde von denen wohl nicht so viel retten, ne? Oh, oh. Können wir den mal ein bisschen schneller kaputt machen? Ich brauche größere Raketenwerfer. Tschüss, ihr Arschlöcher. Der Glaube ist unser Schild. Befehle ernten, Bruder. Alles ganz einfach. Jetzt sind wir so einfach wie ich in der Inherung habe. Lebst du noch? Du lebst noch. Panzer kriege ich dann, glaube ich, in der nächsten Mission. Seitwärts. Ich stehe das noch gerade so undekorativ in der Gegend rum. Macht mal was. Dann bekomme ich auch richtige Panzer. Nicht nur so komische. Okay, das mit dem richtigen Panzer nehme ich zurück. Jetzt alles so ein bisschen komisch. Können wir den Scheiß jetzt mal einnehmen? Ich brauche zwar, glaube ich, jetzt schon wieder keine Ressourcen mehr, aber... ...der Glaube ist unser Schild. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Aber Details. Erfehle, wir stehen zum Arschlöcher. Was soll ich tun? Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Wir stehen zum Arschlöcher. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. Gut, alles voll ausgestattet hier. Nee. Haben hier wieder keine Raketenöffer dabei? Nie, der Raketenöffer... Waren oben hier auch noch Truppen? Kann nicht sein, weil da die Map aufhört, okay. Dann waren da keine. Ich werde noch so weiter hüten. Der Imperator wacht über uns. Sterbt halt nicht so schnell. Oh, nutzloses Gesindel. Ich hasse es, dass sie immer so schnell sterben müssen. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bauroutine 721 eingeleitet. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Bestätigt. Weiter geht's. Gehen wir gleich weiter. Kurz Verluste ersetzen. Direkt davor, stell mir ein Raketenöffer reinschießen. Was soll schon schief gehen? Verluste euch vor dem Alien, dem Mutanten, dem Ketzer. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Stehe unter schweren Beschuss! Der Imperator wacht über uns. Oh, dann sind noch mehr Türme. Apropos, ich sehe es nicht. Ich sehe ja nicht, ob wir das nachgebaut haben. Ich weiß nicht, manchmal habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, weil vor uns bricht hier gerne mal ein. Ne, hier ist zu. Dass sich keiner beschwert, passt schon. Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Gut, das alte Mord uns lang sich keiner beschwert, passt alles. Gut, es ist auch keiner mehr da, der noch beschweren kann, aber Details. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Wie kann ich euch helfen? Geht ruhig und tragt eine große Waffe. Ich sag ja. Raketenwerfer riegelt. So, weitergehen. Oh Gott. Mach das weg. Hört ganz schön was aus, dieses Ding. Ich würde es nur so eine überdemonstrierte Baumschere ist. Soll ich das noch alles erobern, ist das ein Missionsziel? Ich brauche das Geld auch nicht mehr. Die ich setze von ihm, sind vielleicht ein bisschen unpassend. Weil mein... Der Gegner muss in der Nähe sein, ist halt irgendwie... In der Situation eventuell etwas ungünstig. Haben die hier zwei Millionen Banner alle? Wieder für ihr eigenes? Als Nachbarn, wir haben das Geld. Ach, die bauen das nach. Was ist das denn für ein Scheiß? Was bauen die das denn nach? Ist denen das erlaubt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ist doch unfair. Hallo? Nachbauen? Mach ich doch auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Explosionen sind ein bisschen laut. Bei den Trupps gehen die Leute aus. Voll in der Scheiß. Geht acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich habe einen Druck verloren, kann das sein? In der Tat.